Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Wandergruppe, gute Stimmung, gutes Wetter, wir haben ungefähr 26 Grad, mal sonnig, mal bewölkt, es ist ein angenehmer Wind und wir gehen hier jetzt am Steinbruch, naja, Ortsende Berchtesdorf hier vorbei. Ich glaube, den habe ich schon ein paar Mal abgelichtet, ist jetzt eine Entsorgungsfirma und wir gehen jetzt hier links weiter in Richtung Kaltenleut geben und dann hinauf zur Rebecca-Quelle. Ich schaue nochmal ganz kurz, weil jetzt haben wir schon einige Entfernung, die Gruppe ist hier vorne und ich laufe hinten nach. Ende!